Ich wünsche jedem, dass er die Zeit findet, einmal in seinem Leben hier nach Köln am 11.11. zu fahren. Es gibt nichts besseres. Gute Tag zusammen! Das absolut mit Abstand geilste Open-Air hier in Kölle. Alle großen kölschen Bands sind da, es ist super hier. Jeder feiert zusammen und einfach toll. Der Tag ist super. Morgen hat es ein bisschen geregnet, aber seit elf Jahren, wenn ich die Sonnenbrille auf habe, stand scheinend nachmittags doch die Sonne. Und das war wieder und 11.000 Leute waren da. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, die Begeisterung des Publikums ist sehr groß. Wir sind mittendrin im Kölschen Countdown. 11.111. Jecke Brinks auf der Bühne. Die Sonne lacht. Schöner könnte es nicht sein. Wir sind glücklich. Es ist ein schöner Start in die Session. Laden ist immer voll. Alles richtig gemacht. Wir haben alles gegeben. Es war unglaublich. Der Tanzbrunnen hat eine Energie wahnsinnig toll. Wir haben jetzt fast den Abend hinter uns bzw. den Tag hinter uns und den Tag erreicht. Wir freuen uns, dass die Veranstaltung wieder bei allen Gästen super ankam. Jetzt hoffen wir, dass die letzten Acts auch noch erfolgreich über die Bühne gebracht werden und dann alle sicher nach Hause kommen. Und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Wir sind vom ersten Tag an dabei. Immer Finale. Was soll ich sagen? Immer geil. Wir kommen einfach nächstes Jahr wieder. Weil es einfach geil ist. Also bis zum nächsten Mal. Macht es gut.